um kann er noch ewig dauern bis wir dann mal genug Leute haben um da noch den die Steine abzubauen jetzt kommt so ein Leben auch das war ich weiß gar nicht wie viele wie viele Menschen jetzt verloren haben es waren ja jede Menge jede Menge Menschen aber es kam so plötzlich auf einmal haben sie alle Hunger gehabt so jetzt wird hier auch geerntet das heißt jetzt kommt mal so ein bisschen aufatmen wieder so jetzt braucht man natürlich wieder ein äh ach so hier hä was bist du jetzt ich hab dich doch eigentlich gerade als Farmer rausgenommen ach so ach jetzt ne hier ähm du bist da nämlich ab sofort Kräuterfrau irgendwie haut das hier manchmal nicht so richtig hin oder kann das sein ich gucke ob das gleich noch weg geht das Fragezeichen vielleicht musst du ja aber auch erstmal ja vielleicht musst du ja erstmal irgendwas machen warten wir einfach mal kurz ab guck mal aber oh 297 bis jetzt ein paar kommen noch naja immerhin das ist ja vielleicht gelohnt die Wartezeit Pfeffer schon fast wieder alle boah crazy shit was ist denn mit dir jetzt hier ich habe dir einen Job gegeben echt komisch echt komisch ich sehe da gerade nicht ganz durch okay 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 gut muss ich mir erstmal in den Kopf machen wie es jetzt dann hier weitergehen soll jetzt wo ich tausende von Menschen verloren habe ah und warum das hier irgendwie nicht so richtig funktioniert weiß ich gerade auch noch nicht naja gucken wir mal erstmal bis hierhin ähm dann bis zum nächsten Mal haut rein und ein herzliches Willkommen zurück zu Banished ja ähm ich weiß ehrlich gesagt so rein gar nicht mehr wo wir stehen geblieben sind äh letztes Mal wo ich Banished gespielt habe das ist jetzt nun schon knapp drei bis vier Wochen her ähm da gab es auch so ein paar Probleme mit YouTube und bla 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 äh werde ich jetzt auch nicht weiter so drauf eingehen ähm aber ja wie gesagt ähm ich kann mich nur noch daran erinnern dass uns irgendwie unsere ganze Bevölkerung verstorben ist aufgrund ähm mangelnder Nahrung wobei jetzt sehe ich ja gerade äh 1216 Einheiten haben wir hier drin ne ist das auch der richtige Speicherstand hier? schon oder? ah ja hier habe ich genau hier habe ich das äh Dings gebaut ich glaube genau das ist der Steinbruch der Bruch im Stein hier haben wir äh ein Lager was habe ich hier gemacht? ach die Mine okay 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 so das heißt wir müssen irgendwie hier haben wir überall in Fragezeichen ach so weil wir natürlich oh je also ob wir aus der Misere nochmal rauskommen weiß ich gerade nicht ähm hier wurde auf jeden Fall ein Kind geboren das ist schön hier haben wir kein Leder mehr hier haben wir noch ein paar Häuschen hier haben wir äh genau unseren Fischer ich muss jetzt echt mal gerade erstmal wieder gucken ne also ich mache jetzt einfach mal auf weiter und ich hoffe was ist mit der hier ich habe schon wieder vergessen wie das war also has no job ach so ah jo siehst du dann müssen wir oder mal wir brauchen ein Herb Herbalist geht gar nicht aber der hat doch keinen Job ähm warte mal da muss ich irgendwas erstmal rausnehmen hier vielleicht so ein Angler Fischerman machen wir mal eins und machen wir als Herbalist machen wir einen dazu okay aber kann es sein dass das letzte Mal schon das Problem war dass ich irgendwie eine Person nicht so richtig einen Job zuweisen konnte guck mal Job Herbsman was ist denn mit Herbsman aber hat der einen Job um zu sein naja keine Ahnung so also wir probieren mal wir gucken mal ich hoffe mal dass wir hier irgendwie jetzt die Sache wieder balanciert bekommen ja Holz ist low das ist natürlich echt scheiße und ich habe meine Jägershütte glaube ich ein bisschen zu nah hier gebaut wo ist die denn eigentlich wo ist das Haus hier war ja genau das Waldgebiet das darf ich ja nicht abholzen haben wir gesagt deswegen müssen wir da unten was machen ähm so wie ich das richtig in Erinnerung habe kann ich ja kann ich ja nochmal wir kümmern uns primär gerade mal um die Bäume ich glaube das war hier nicht wer kann weg no so und jetzt sozusagen die 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 ich weiß nicht ob das ob das so richtig ist die farme die haben jetzt quasi gar kein job so richtig ob die jetzt automatisch andere sachen dafür erledigen konnte ich dann die farme eine durchklicken naja guck mal so uns können wir mal gucken was der macht man jetzt schon mal eine achse in der hand ich glaube das war wirklich so dass die jetzt quasi die arbeit ach guck mal hier oben habe ich ja auch zum fällen abgeben ok ja ich denke mal wir kriegen das schon irgendwie hin was haben wir jetzt haben wir die winter gott also steht der komplette winter noch eigentlich vor uns aber gut okay dann brauche ich die farme also nicht extra abziehen sondern die machen dann erstmal so ihr eigenes ding und ich ich denke mal wenn dann wieder die farme-saison losgeht dann werden sie wieder zu ihrem Feld hüpfen ja was soll denn job das ist fehler das ist ein fehler oder was ist denn herz man das ist eine frau dann ist es ein man das ist herz man ach warte mal hier tent to animals in aha ach so der brauche also so eine art viel züchter oder was ja dann ist klar dass sie keinen job hat warte mal aber hörts man braucht man doch gar nicht das wäre ja albern ne weil wir haben ja noch gar keinen gar kein vieh dann kann so ruhig labber sein labber ich werde aber mal wie gesagt wir haben ja hungersnot gehabt deswegen werden wir doch mal ein Feld noch dazu bauen vielleicht sogar zwei warte mal muss ich gerade noch mal gucken wo war jetzt noch mal meine hier also wenn dann kann mache ich hier vielleicht nach ne ich würde es eigentlich wenn dann nach hier gehen wollen ne aber hier ist so eine Kante so ein Berg ja ist egal da müssen wir jetzt halt dann machen wir das so wir brauchen halt auf jeden Fall mehr Futter flogen hier ja ja gut dann machen halt dann da so So. Ich denke mal 9x15 ist eigentlich gar nicht mal so schlecht gewesen, nicht wahr? Achso, warte mal. Ging das jetzt gar nicht? Ging gar nicht, oder? Achso. Cannot beplaced in this location. Hier ist alles rot. Warum auch immer. Ach, wegen den. Ach nee, guck mal. Ja doch, ist doch Cropfield. Achso, na klar. Ich muss ja erstmal das Zeug hier wegmachen, damit ich dann, ja, alles klar. Okay. Okay, 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 okay. Das heißt, es ist natürlich nicht gerade... ...ssysysysysymetrisch. Ich mach das jetzt erstmal alles hier nur mit, ähm, mit so Sandwegen. Mach ich das. Ich mach dann später dann irgendwann Stein draus, so. Ähm, jetzt machen wir hier noch ein Feld. Ich weiß schon, ich vergesse, wo das war. Hier, war. So, zack. Und der Weg... Ich muss erstmal echt, ich krieg mich hier gerade total. Guck mal, das ist ja blöd, wahr? Na, ist egal. Mach mal hier halt so'n Kleinen... ...irgendwas hin. Vielleicht passt da ja noch... ...später irgendwas rein, was Kleines. Iron ist low, Firewood ist low. Aber guck mal, hier ist doch eigentlich... ...ah, die bringt, glaub ich, grad Firewood. Jawoll. Geht doch. ... ... ... Vielen Dank.